Ich vermisse unsere Brücke, Tobi. Bauen wir heute eine neue? Ich vermisse unsere Brücke. Ja, wo ist sie denn? RIP-Brücke 23-23. Ja, das ist, ja, ja, wo ist sie denn hin? Die ist, ja, das ist, ach man, das ist... Rüttelnde Seen und Sterben. Oh, die Waffenschränke sind immer größer als die Kisten, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Die Waffenschränke sind riesengroß einfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht mal neun haben die Kisten, und die... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Die sind genauso groß wie Kisten, okay, cool. Nice. Die sind halt genauso, es ist halt einfach gar kein Unter... Okay, ähm... Ich hab dir mal ne Crafting Table frei gemacht. Ja, dankeschön, ich freu mich. Für die neue Brücke. Ich wünschte, was ich mir echt wünschte, ist, dass man Rezepte anheften könnte, dass man... Ne, du drückst auf den Pin, und links erscheint das Rezept, was du alles brauchst dafür, und wieviel hast du denn natürlich davon? Ja, das wär geil, ich glaub, ging das bei Raft? War das bei Raft? Ich bin mir grad unsicher, ich glaub Raft konnte das. Ja, ja, auf jeden Fall, irgendwo, irgendwo hab ich's gesehen. Achso, ich muss noch weiter runter. Ich mach wieder elektrisch, ne? Joa, ich würd sagen, einen Versuch geben wir dem Ganzen noch. Jaaa... Kostet nicht so viel mehr, kostet nur 30 elektrische Teile mehr. Elektrische Komponente? Oh, 20... Oh Gott, hab ich gar keinen Bock darauf. 20... Eri, jetzt stell dich doch mal bitte nicht so an, hm? Du weißt doch, wofür ich das tust. Ja, für die Zombies, offenbar. So... Okay, da, dann brauch ich 1000 Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab, ich nehm einfach mal. Ähm... Oh. So, ich brauch ja eh Holz. Oh, wir brauchen halt wieder Holz, Tobi. Wir müssen beide mal... Wir brauchen ne zweite Kettensäge und dann gehen wir beide mal rodieren. Soll ich mal holen gehen grade, schnell? Und 100, also wenn du magst, gerne. 100 geschmiedetes Eisen. Zum Glück schmied ich grade Eisen, aber ich glaub, das wird noch nicht 100 sein, ne? Das ist strahl. Ach doch, oh, das sind schon mehr als 100. Geil. Na, dann lass uns mal... ...diesen Tango tanzen. Kostet ja nur 16,5 Minuten. Oh. Das Ding zu bauen. Ja, eigentlich, also es wär halt cool, wenn du so, wie bei Minecraft Creative Mode einfach switchen könntest, und dann hätten wir uns das Ding eigentlich wiederholen müssen, weil... Eig-eigentlich ja, weil das war ja, das ist schon scheiße. Ja, es war ja gebuckt halt, ne? Ja, also sieht zumindest alles danach aus. Aber wahrscheinlich sind wir schuld. Klar. Der Grund, weil das war völlig offensichtlich, dass wir es falsch gemacht haben, aus irgendeinem Grund. Naja, gut. Ich weiß es halt nicht, Tobi. Ich hab keine Ahnung. Aber das wusste ich schon beim Bauen nicht genau, was das soll. Das wirkte alles sehr weird. Gut, wir sind aber halt noch dumm. Ne? Ja, das darf man halt nicht vergessen. Das ist das Problem dabei. Also in Capschlock. 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 Rüstungsteile und sowas. Ja... Ich brauche noch alles abzu. Ja... Schitte. Schitte, schitte, schitte. Okay, gutes! Ich muss ja vielleicht auch drunter machen. die kettensäge ist genauso unangenehm wie der jetzt vorsicht es ist geister gut dass ich jetzt holz sammeln die ja auch jeden teile die gehören gar nicht noch mal kommt dann trotzdem daran so motz nahe dann das hier Das hier ist eine Kette, Metallketten-Mod, das da, äh, ein Eisenbrecher-Mod, ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Temperierte Klinge-Mod, äh, gezähmte Klinge-Mod, und das sind Bauteile, was ist das hier? Brennender Schaft, das muss ich auch nutzen. Hab ja am Wochenende, ne? Muss ich mal waschen. Party machen. So, und Mods Bauteile. Abhotten, ne? So. Oh Gott! Alter! Mods Bauteile bin ich doof. Bauteile... Springt mir da so ein Wolf ins Gesicht, was denn mit ihm? So, er springt. Oh, ich krieg ja wieder Besuch. Oh, das hat runtergefallen. Ich hab' mich nicht gesehen. Ich mag es einfach wie bei dem, wie bei der automatischen Schrot. Einfach der Kopf wegsplattert. Sobald du triffst. Ja, ja, ja. Das ist voll geil. Also nur in-game natürlich, ne? Nicht da draußen wieder irgendwelche Experten oder Politiker meinen, äh, Killerspiegel und so. Das ist nur in-game. Ach, ich kann das nicht mehr wissen. Das ist doch so ein Dägen, oder? Wie hilflos und uninteressierend. Irgendwas kann man dürfen, so. Vor allem, ich dachte eigentlich so, die Dame, die das erzählt hat, diese Eva Quadbeck, die war halt immer bei... Also, ich guck manchmal halt Markus Lanz und so, ne? Ja. Und die war eigentlich immer sehr informiert und auch immer super weitsichtig auch, was ihre Thesen und so anging und was sie halt so erzählt hat. Und dann ballert die halt so einen raus, ne? Wo ich mir denk so, Alter. Ja, sag, dass du am Thema oder an der Lösung des Themas kein Interesse hast, ohne zu sagen, dass du an der Lösung des Themas kein Interesse hast. Ja. Ja, ist wirklich so. Ist leider so. Also, Ausländer und Killerspiele. Okay. Cool. So werden Probleme in Deutschland gelöst. Ja. Cool. Warum nicht beides kombinieren? Ja. Böse ausländische Videospiele. Ja. Das sind die schlimmsten. Ich spiele deutsche Videospiele. Ne, ne, das ist schon ne Gefahr auf jeden Fall. Der Verfassungsschutz sollte sich einschalten. Mal beide Bauteile. Äh, Flup einmal hoch. Einmal die. Einmal diese hier. Äh, boah, ich hab, Tobi, ich hab keinen Bock auf Flupieren, ne? Ja. Wolltest du das nicht machen? Ich muss gerade ganz viel Holz haben. Wir brauchen viel Holz, weil wir wollen den Bunker ja in Holz nochmal nachbauen. So als, äh, Architektur. Äh, ja, ja, das ist natürlich so. Wie konnte ich das vergessen? Ja. Ja, weiß ich auch nicht, wie du das vergessen konntest, ey. Weiß es nicht. Ja. Asche auf mein Haupt. So, klopp. Klopp, 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 klopp. Dann, so. Klopp. So. Dann, klopp. Klopp. Wir werden in der heutigen Aufnahme auch den Blutgrund mitnehmen. In der heutigen Aufnahme? Ja. Ach, in der heutigen Aufnahme, aber nicht in der heutigen Fol- also nicht in der jetzigen Folge. Nee, 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 nee. Ja, okay, okay, okay. Hauptschul, ich dachte schon. Ja, das, das kann, das kann sein. Ja, das kann sein. Schon, schon geil. Knapp, knapp am Limit. Limit. So. Nimm mit das Limit. Ah, nur noch neun Minuten. Toll. Erik, die braucht aber halt einfach einen Moment länger. Und du weißt ja was, ne? Was lange währt, wird endlich gut. Mhm. Die erste hat auch schon länger gebraucht, Tobi. Nein, die zweite braucht länger, weil die halt jetzt besser funktioniert. Mhm. Dein Wort in Gottes Ohren. Ja. Lass den Herren aus dem Spiel. Wer sagt denn überhaupt, dass Gott Ohren hat? Naja, der hat schon, also sicherlich, der wird schon Sachen wahrnehmen, irgendwie. Weiß ich nicht. Ich glaub, dass der hebelig ignorant war. Meinst du nicht? Ja, ich glaub schon. Hört ihr eigentlich zu, wenn Leute mit ihm reden, oder? Also hat schon mal jemand Antwort bekommen? Oder ist das eher, dass immer so ein einseitiges Ding, ne? Schwierige Frage. Das stimmt. Das weiß ich nicht, oder? Es war zwar unmhängig von Religion, bevor manche Leute da sagen... Das war jetzt völlig unabhängig davon. Das war wirklich so, ne? Aber ich glaub, es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin ein Sprachrohr. Ja, ja, mit Sicherheit. Aber... Aber hier sind nicht mal hier eigene Sprachrohrgefühle. Ja, solange das nicht irgendwie ins Extreme abdriftet und du halt so voll drin bist und die Leute sich halt, die Leute das halt nutzen, um sich halt gut zu fühlen oder um besser durchs Leben zu kommen, dann sag ich mir halt so, okay, genau, warum nicht, ne? Genau, genau, genau. Sobald's halt irgendwie ins Extreme abdriftet, find ich das immer ganz weird. Ja, das find ich aber, find ich bei jedem Thema eigentlich. Ja. Das passiert ja heutzutage viel zu schnell auch. Naja. Oh Gott. Mods für Fernkampf und Bauteile für Fernkampf. Okay, Bauteile haben wir nicht so viele. Wie machen wir das mit den Bauteilen für die Rüstung? Haben wir da auch nicht so viele? Ja doch, wir haben da einige, aber ich hab, ich war ja auch nicht so kratzt, vielleicht hier, die beiden da, obwohl zwei Kisten hätten wir. Und bei Kleidung auch, okay, also vielleicht kriegen wir das noch unter. Hm. So, Waffenfernkampf und ihre Modsfernkampf. Oh, guck. Okay, Bopo. So, das müsste hier gewesen sein. Dann diese Pinöpel. 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 Dreibein. 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 Was geht's mir? Wie man einfach schon weiß. Man weiß einfach, wer reagieren würde. Natürlich. So, ergonomischer Griffmod, ist das für Waffen oder ist das für Bögen? Ich glaub für Bögen, ne? Ich hab keine Ahnung. Also es gibt auch, glaub ich, Griffe für die Waffen halt, ne? Ja. Musst du mal draufklicken und dann aufs Buch oben gehen. Mal gucken, da steht's meistens, für was es ist. Da steht, vermindert den Nahkampfausdauerverbrauch um 10%. Nahkampfausdauerverbrauch. Ja, gut, das ist wie Schubladen-Denken halt, ne? Ja. Und warum Schubladen? Das müssen ja nicht immer Schubladen sein. Das kann ja auch einfach mal ein Einbauschrank sein oder so. Ein Einbauschrank im Körper einer Schublade. Geht das überhaupt? Ist das ja nicht Phytalis? Keine Ahnung. Tobi, ich bin auch durch heute. Es ist ja auch ein langer Tag. So, und dann haben wir hier Mods-Fährkampf und Bauteile. Gehen wir alles unter. Wobei ist hier. Auch nicht meine Lieblingsfolge. Weiter wünsche ich mir dann doch eher schon die Bank der Zugrücken wieder zurück. Ja, ja, oder die Loot-Tour. Ich denke gerne zurück an die Loot-Tour. So, das sind Proben, Ambrustraler, Raketenwehrverfahren, Maschinengewerke, Wehrteile, Schubladen, Handfeuerwaffen. Gut, dass wir in Bauteile fern. Da wird es nicht wirklich voll. Bauteile bürgen. Ist ja auch ein Stapel drin. Oh. Aber ist egal, ist trotzdem sortiert. Sehr trotzdem. Und Mods-Bögen. So, dann haben wir das umsortiert. Dann kommt das bei Tobi aus dem Raum nämlich raus. Was der Schlaf sagt, glaube ich jetzt draußen. Ja, in der Grube unten. Oh, in so einer Rinne. Ich möchte in so einer Rinne schlafen. Du schläfst aus der Zugbrücke, Tobi. Ich hätte da drauf geschlafen, Erik. Außerhalb des Servers. Ja. Oh. Okay, wow. Oh, wenn deine Kiste... Sollten wir vielleicht gegenüberliegend machen, ne? Da passt es ja nicht mehr hin. Ja, meine Munition... So. Munition Nahkampf. Meine Fäuste sind Munition. Na, bei den zwei Schlagringen, die du da hast, kann das sogar hinkommen. Ja, das stimmt. Munition. Bögen. Oh. Boah. So. Und dann können wir die Kisten dafür auch... Ja, also haben wir da... Hä? Oh, ich habe einen Grafikfehler. Replazierbar. Wenn ich mich im Winkel drehe, verschwinden die Kisten links von mir einfach. Oh. Ist das Spiel längst am Buggy? Haben wir es soweit? Mit den kaputten Pixeln und der kaputten Zugbrücke und allem haben wir uns gleich schon mal gewollt? Ja, wobei das mit den Pixeln verstehe ich aber immer noch nicht. Das, Tobi, ich habe... Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Wir haben da ja auch nicht mal irgendwann irgendwas hingebaut, dass das irgendwie so rumpixeln könnte, also... Ne. Keine Ahnung. Wir brauchen unten auch noch eine Werkzeugkiste. Der Basie kommt in die Nahkampfkiste. Einfach nur... Einmal nur, dass er weg ist. Eigentlich brauchen wir den nicht wirklich, aber schön, dass wir ihn haben. Keine Ahnung. So. Dann können wir die Kiste nämlich auch bald ausräumen. Die ganze Rottenflash. Das muss ja noch ein bisschen dauern gehen. Das Maispulver, die Steine können wir auch ausräumen. Die Kiste kommt aber auf jeden Fall weg. Die Munition können wir unten reinballern, aber wir brauchen immer noch Munition verblühten und hier oben, ne? So kurzfristig. Ja. Vielleicht kann man da noch einen Waffenschrank auf die andere Seite machen. Weil die geht nicht so schnell kaputt, glaube ich. Wie viel HP haben die denn? Ich trau mich nicht, ihn kaputt zu machen. Ne, ich glaube, da kannst du schon auch nicht draufhauen. Zugbrücke haben wir noch zwei Minuten. Uuuuuhh. Uuuuuhh. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Oder wie. Naja, vielleicht hat's wirklich... Vielleicht war's wirklich ein Problem, dass gegenüber diese Dinger schon standen. Keine Ahnung. Ja, das kann sein. Vielleicht baut man das einfach anders, dass man zuerst die Zugbrücke baut und dann auf der Gegenseite die anderen Dinger danach baut. Damit man weiß, wie weit die entfernt sein muss oder so. Na. Vielleicht waren die auch zu nah dran oder ich hab einfach keine Ahnung. So, geht's hier aus. Ein Ofen. Oh, der ist nicht ready. Der ist, äh, geblüte. Zehn Minuten brauchen wir noch. Ähm, der macht aber weiter hier, ne? Der hier, ja, die anderen brauchen, glaube ich, noch. Oh, Gott. 130 Minuten. Oh, Toben. Warte, haben wir den schon? Ah, ja, ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Immer noch am Ausdingsen oder? Ah, ja, es ist einfach, es ist ein Krampf. 52 Minuten, na gut. Und hier, wie dauert das? Das sind alles. 70 Minuten, könnte sogar 30, 60, 70. Ja, könnte knapp werden, aber könnte hinkommen. Äh, und der hier auch 118 Minuten. Das wird nichts. Na ja, das, äh, das wird noch ein bisschen dauern hier, glaube ich, alles. Aber da kommen die Öfen weg. Dann kann ich vielleicht noch mal 1, 2, 3, 4, 5 Zementmischer, weil wir die wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden, aber darum geht's hier gar nicht. Nö, nö, das ist einfach nur die Optik halt, ne? Ja, 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 ja. Oh, die Brücke ist fertig. Oha. Also, ich kann die so drehen, dass die auf dem Boden aufklappt. Aber das ist doch nicht der Sinderbrücke, oder? Also, ich weiß es halt nicht. Ich hätte jetzt gesagt, dass das vielleicht ein Problem war, aber eigentlich ja nicht. Also, ich pflanze die vor mir hin. Ich kann die nicht über die Schlucht pflanzen. Also, es ist nicht so, dass die aufklappt ins Leere. So ist es gar nicht. Ich kann die nur da bauen, wo die wirklich Platz hat, wo die komplett, wo die kommende Straße drunter ist. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Nee. Eigentlich nicht. Also, dann sollte man das halt nicht Brücke nennen. Nee, dann brauchst du die halt einfach gar nicht. Nee. Also, außer natürlich ist es halt so als Tor gedacht, ne? Was du halt hochklappen kannst. Weil es besonders stabil ist oder so. Keine Ahnung. Ja, aber ist es ja nicht. Nee. Es ist ja auch... Es ist ja kein Tor. Vielleicht nochmal ein Video dazu angucken, wie die aufgestellt wird. Es ist... Einfach nur versuchen. So, warte. Ich krieg wieder Damenbesuch, Tobi, während du nicht da bist. Entschuldigung. Erik, bitte. Schick die wieder nach Hause. Nein. Erik? Sie bleibt für immer hier. In den Beton eingearbeitet oder was? Ihre Erinnerung wird in den Gemäuern weiterliegen. So, gut. Ist es eigentlich Tobi? Ich habe jetzt mal eine rein objektive Frage. Ist es besser, in einen Beton... Also, in Betonwände eingegossen zu werden und irgendwann... ...findet man dich vielleicht? So als Fossil wieder? Oder einfach im Sarg in die Erde zu kommen und dann zu vergehen? Auf Nummer Wiedersehen. Also, dann finde ich die Betonvariante schon cooler, irgendwie. Ne? Irgendwie, irgendwie? Wenn man sich darüber nachdenkt. Ist das doch ganz logisch. Oh. Ich muss wirklich diese Steam-Meldung ausmachen. Gut, die Uhrze... Da waren die Uhrzeittiere, sind ja halt schon cooler wie wir, ne? Ja, ja. Die waren uns auf jeden Fall voraus. Das muss man einfach sagen. Ja, ja. Das... Das steht außer Frage. Das gibt... Manchmal denkt man sich das auch vielleicht auch intellektuell. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich die Brücke baue. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe es nicht. Ich dachte halt auch, die muss vielleicht drüben aufliegen oder so. Dass sie dann, ne? Dass das Ende dann auch, wo etwas draufliegt. Eventuell. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist halt am sinnvollsten eigentlich, ne? Aber... Dass du die so dazwischen klemmen kannst, quasi. Aber irgendwie... Ja, aber da hat er... Der hat hier auf das Ende dann richtig drauf gesetzt. So, quasi. Hm. Oh, das ist zufriedigerweise genau hier. Ich verstehe nicht. Ja, jetzt geht das ja... Ah. Das ist so eigentlich noch sicherer. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, mach ich das nicht mehr. Ich hab Angst. Wahnsinn. Aber dann macht... Ich bin schon wieder in die Luft. Achso, hier... Ah, hier geht's jetzt vielleicht nicht wegen der... Wegen dem Dingens da. Wer will die schon wieder in die Luft bauen? Na, das ist ganz weird mit dem Ding. Oh, ich baue die so nicht. Die ist jetzt irgendwie rosa. Was immer... Was heißt denn rosa beim Bauen? Ich... Also sag mal, ist heute nicht... Heute ist 91. Ist heute nicht... Ich muss mich langsam um die Verdrahtung kümmern draußen, ne? Äh, also... Nach meiner Rechnung wäre heute theoretisch der Blutmond. Wir hatten den 70. Wir hatten 77. Wir hatten 84. Müsste eigentlich... Jetzt. Dann. Sein. Dit mein ich ja. Dit mein ich ja. Huch. Äh. Hä? Wo mir hier fehlt ein Block? Einfach so, der vorher da war. Hä? Hier ist ein Block einfach verschwunden. Und da hängt die Elektrokabelverschaltung in der Luft jetzt. Hä? Oh mein Gott. This game is broken. Äh, ich... Hä? Was geschieht denn hier? Oh, ich schrafft das nicht. Da weiß ich auch nicht, was da los ist, ne? Ich schrafft das nicht. Ich schrafft das nicht. Hast du das kaputt gemacht, oh wat? Ne, hab ich gar nicht. Okay, ich nehm mal die Elektroverkabelung hier unten raus. Hier unten. Äh, so. Aus dem Jella. Aus dem Uri. Ähm. Ich mach das von der Zugbrücke nochmal weg hier, ne? Weil, das können wir später nochmal machen. Erstmal, Blutmund ist wichtiger gerade. Ah ja, das lass ich vielleicht mal da. Würde ich mal behaupten. So, drei. Eins. Zwei. Drei. One, two, three. One, two, three. Boah, von welchem Lied waren das nochmal? Hab ich vergessen. Von irgendeinem Lied von... Lady... Gaga. Ne, nicht von Lady Gaga, sondern von Sia. One, two, three, one, two, three. Ja, ja, ist von Sia irgendein Lied. Sia mal einer an. Ja. Ach, bitte. Hm? Bitte, komm. Na, Tobi, macht's dir noch Spaß, mit mir aufzunehmen? Oh, du musstest reparieren. Du musstest reparieren, bevor du das aufheben kannst. Hat da jemand gegengeschossen vielleicht von draußen? Aber der Block, ein Zementblock verschwindet. Da war ein Zementblock. Der verschwindet nicht so einfach. Hast du das Reparaturding mitgenommen? Äh. Ja, klar. Wie heißt das nochmal? Nagelpistole. Ja, Nagelpistole. Oh, ja, macht das Rezeptor noch umständlicher. Oh, 20-gestünder Stahl. 20-gestünder Teile. Gesmiedeter Stahl. 20. Ich mach mal eine zweite Nagelpistole, denn wir müssen uns nicht um eine streichen. Ja. 20-gestünder Stahl. ...mechanische Daile. Sowieso längst überfällig. Ja. Aber ich bin immer so faul, ehrlich gesagt, was die Sachen hier angeht. So die Sachen basteln mit den Rezepten, da bin ich immer ein bisschen... Gleich bin ich ja ein bisschen bequem. Oh, warte mal. Wo waren es? Ich glaub, bei Raft hatten wir so ein... Stimmt, wir hatten bei Raft diese Mod gehabt, die mit den Kisten verbunden war. Das war geil. Ja, das war praktisch. Ob's das hier auch gibt? Ich weiß halt nicht, ob's so viel Sinn macht, um dem Game hier zu modden, ne? Es gibt super viele Mods für Seven Days, die sollen auch sehr, sehr geil sein teilweise. Ja, aber macht das Spiel auch mit? Äh, naja, ich kann mir sogar vorstellen, dass das Spiel verbessert oder stabilisiert. Na gut, das, das, ja, da könntest du vielleicht recht haben. Wobei das natürlich kaum möglich ist, aber... Erik, bitte nicht so sarkastisch. Gibt's vielleicht ne Mod für Zugbrücken? Ich, nur ne Frage, ich frage für nen Freund. So, Nagelpistole. 70 Stunden. Wie lange dauert die? Hier, Minute. Was fehlt mir? Oh, 20 Mechan... Oh, ich hab die falschen Teile mitgenommen. 20 Mechanische Teile. 20 Mechanische Teile. So, jetzt aber kostet nur vier Minuten. Da ist ja ein Schnapper. Okay, in der Zeit. Kann ich das hier von hier abmachen? Wenn ich den Block vielleicht mal auf mein Gesicht nehme, irgendwo? So, das hier. Oh, hier sind so viele grüne Zombies. Ja, Träumchen. Hilfe. Überlege halt, ob ich solche Motor... Solche Motor schon mal unten in den Keller packen? Geht das überhaupt? Kann ich den abbauen? Also, oder brauche ich die Dinger da rausnehmen? Was ist mit dem Benzin? Kriege ich das wieder? Auf gar keinen Fall. Muss bestimmt rauslaufen lassen, oder so. Ich nehme ihn einfach mal. Mal gucken. Ich hoffe... Oh ja, ach, das Benzin kriege ich. Okay, das ist cool. So. Die hebe ich auf. Und wir sollten uns dann wirklich mal einen neuen Generator noch machen. Die hier muss ich reparieren erst mal. Die hier so. Aber ich bereue das hier nicht gleich alles, was ich hier mache. Ah, muss ich auch reparieren. Cool. Erst mal alles reparieren. Verföhnen. Verföhnen. Neu verföhnt. Neu verföhnt. Dafür wunderbar. So. Okay. Der Generator. Wenn ich den jetzt erst mal hier... Müsste der nicht eigentlich stehen? Ja, ne? So. Das so rum. Die war so rum. Ne, so rum, ne? Ich mach mal, oder? Die Generatoren kann man brauchen. Nicht so viele eigentlich, ne? Ich war... Also, ich glaube, der andere war jetzt auch nicht so mega ausgelastet irgendwie, ne? Also, also ein bisschen schon, aber ich glaube, das geht. Und dann schmeiße ich da mal die ganzen Motoren rein und das Benzin auch wieder. Gluck, 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 gluck. Okay, und dann müsst ihr jetzt theoretisch, um auf die andere Seite zu kommen, müsst ihr ihn erst mal hier machen. Das können wir später vielleicht nochmal neu verkabeln, wenn wir das anders gebaut haben. Für jetzt ist es gut. Erik, ich bring dir was mit. Ich freu mich drum. Ja, ich bring dir was mit. Da freust du dich bestimmt. Bin ich mir sicher. Ah, ist wie Weihnachten. Ja, ja. Schon. Okay, okay, okay. Da bin ich gespannt. Ich könnte die Kabel auch hier... Ich könnte die Kabel hier durch die Kisten führen. Dann wird das Kabel hier nicht so im Raum rumhängen. Das wäre, glaube ich, angenehmer, wenn man hier die drei so als Verteiler hinmacht. Na gut, ich lass... Ich lass erst mal so. Ich lass... Wir kosten alle ein Watt. Watt? 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 Okay, keine Verteiler nach draußen. Das habe ich verstanden. Wir könnten hier auf der Etage welche gebrauchen oder wir könnten die von innen nach außen führen. Dann wäre das aber hier auf der Etage, wo wir sowieso schon sind, ne? Das heißt aber, ich müsste dann einmal hier rum und müsste dann irgendwie da raus. Das funktioniert so nicht. Wir sind übrigens bei 31 Minuten. Okay, ja, das ist nicht gut. Also ist schon gut, aber... Das Kabel wird reißen, oder? Das Kabel... Hä? Das Kabel geht bis hier. Das heißt, ich kann hier runterspringen und dann... Oh, 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 oh. Das habe ich gesehen. So, das Kabel... Theoretisch sollte es gehen. Warum sind die noch... Warum sind die noch nicht angebunden? Hallo? Nein! Achso, hier. Hier. Kannst du mal kurz den Generator anschmeißen im Keller? Ja. Der ist im Keller zwischen den Glasdingern, also auf der rückwärtigen Seite. Ah, da hinten. Ja, warte, warte, warte. Genau, ich will nur mal gucken, weil irgendwie scheint das hier nicht durchzugehen. Ich hab das schon angeschlossen. Ist an? Jo. Doch, ist an. Alles gut. Will er ausmachen? Ich hab doch auch Bäumenschrankwerding. Ja, ja, super. Super. Alles klar, das funktioniert. Oh, bin ich froh, dass ich alles mal verkable. Ich weiß nicht, ob ich damit, ob das so bleibt, ob ich damit immer zufrieden sein werde. Wahrscheinlich nicht. Und cool, ich komm sogar direkt in den Keller. Das ist voll geil. Soll ich mal hier mit der Nagelpistole mal das Blöckchen da oben richtig mache? Ja, das wär super. Ah, mach ich das mal, gell? Prima, ein Träumische. Na geil, das wird doch schon ganz nice alles, oder? Ja. Frohe Weihnachten. Soll ich mir das scheiße? Sag doch, ich würde mich freuen. Ich dachte, er hat da wirklich was Sinnvolles mitgebracht. Erik, ich hab mir Mühe gegeben für das Geschenk. Nein, hast du wirklich gar nicht. Halt über. Legit gar nicht. Null. Hä? Was bist du denn jetzt so? Wie undankbar kann man denn sein? Jaja, du testest das schon, Tobi. Du lotest das schon aus. Ich glaub, Tobi, kommst du mal ganz kurz? Ich glaub, wir müssen hier auch zumachen vom Blutmond. Jo, warte, ich sortier grad das Holz ein. Ah, ist jetzt nicht so mega viel, aber ein bisschen was. Hallo? Hier vorne einfach nur das Blöckchen hier zumachen. Das mit der Brücke, wie gesagt, ich guck mir das mal lieber irgendwo anders an. Achso, das hier kannst du gerne auch, ne, wenn du willst. Hier, hier drüben. Da war vorher die andere Leiter, die brauchen wir nicht mehr. Oh Gott. Hier räumen wir auch noch auf und bla. So viel Umgewöhnung. Ja, ja, langsam. Aber es wird langsam, es wird langsam. Die Leiter hier kommt auch noch weg. Hier, ach ja genau, ich wollte dann den Durchgang hier vorne bauen und nicht hier hinten. Aber da können wir mal gucken. Äh, ja. Okay, ich muss, in der nächsten Folge muss ich erstmal viel verdrahtun. Äh, viele verdrahtun. Wo, so viele sind das gar nicht. Ich hab schon fast alles wieder angeschlossen. Cool. Oh nein. Oh. Oh. Warten. Die Selbstschlussanlagen unten. Da hab ich auch das Ding da in den Balken verbaut, da unten. Aha. Das ist nicht gut. Oh. Ja, das ist nicht gut. Das muss ich dann nochmal neu machen. Da ist ja in der nächsten Folge, glaub ich, da hab ich was zu tun. Geil. Aber besser als Kissen sortieren. Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, aber Elektroschocks funktionieren wieder und die können die auch nicht mehr wegmachen, weil das jetzt von innen kommt. Das gleiche gleich mit der Selbstschlussanlagen für die Schrotdinger. Äh, hier vorne haben wir noch unsere Dingse, unsere Elektroschocks, die haben wir auch noch hier vorne. Dann haben wir noch ein paar neue Stäben über dem Schalter. Können vielleicht nochmal ein paar neue Elektroschocks herstellen, eventuell. Müssen wir mal gucken. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun, Tobi. Geil. Nächster Blutmond wird vielleicht nicht so, nicht so gnädig wie der letzte. Ich bin gespannt. Der letzte war ja wirklich, der war ja pure Entspannung. Ja, ganz genau. Und ich glaube, dieser wird dann wieder richtig reinhauen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ja, ja. Schauen wir mal. Munition haben wir auf jeden Fall genug, das ist cool. Oh, ja. Ja, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne. Und dann bis zur nächsten Folge, dann bereiten wir uns schon mal wieder vor auf den nächsten Blutmond. Und ganz entspannt. Ja, ja. Geil. Tschüss. Tschüss. Tschüss.